Willkommen zu meiner neuen Fortschau Hörnchen-Kopf. Wie der Gap ist die neue Lager-Empfe? Hallo, ihr wisst, woher kommt? Meine erste Frage an Sie ist, wo Sie überhaupt herkommen. Zuerst wusste ich erst an Sie, doch dann wurde ich von Leuten abgeholt und in einen Laden gestellt. Immer wenn ich essen will, frag ich mich, warum Menschen so gut schwimmen können. Das liegt daran, dass Sie einen Federn, Flügel und Schlotten haben. Ja, das wusste ich nicht. Machen Sie gerne in Ihrer Freizeit, also was ist Ihre Hobby? Ich schwimme gerne, ich fliege gerne und ich bin Weltmeister im Schnattern. Sie haben hier leid im Grand-Tier-Talk-Studio etwas vorgeschnattern. Ja, also 3, 2, 1 und... Oh, 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 oh. In vorhin wahnsinnig gutes Schnattern habe ich ja noch nie gesehen. Ich habe nicht mehr da. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Ja, klar, ich habe neun sehen. Der Sojo hat schon so ein schönes Schnattern. Das ist auch schon eine erste Folge von Grand-Tier-Talk. Sie sind schon so ein schönes Schnattern. Ich habe nicht mehr, wir sehen uns nicht.